Hallo verehrtes Publikum, ein weiterer Teil aus der Reihe unscharf und schlecht beleuchtet. Heute mal etwas Abwiegiges. Ich habe nämlich dank meiner freigebigen Familie zu Weihnachten einen Logprogrammer gekriegt und habe diesen nun gleich auf dem Brett aufgebaut mit all den Sachen, die ich durch verschiedene freigebige Modellwandfreunde bekommen habe. Also diesen Rollenprüfstand sowie auch den ESU-Prüfstand, der ganz nützlich ist, wenn man einen Decoder außerhalb der Log überprüfen möchte. Ich bitte die Unordnung auf meiner Werkbank zu entschuldigen bzw. einfach zu übersehen. Zu diesem Logprogrammer gehört natürlich auch die entsprechende Software. Da musste ich erst noch an dem Rechner basteln. Ganz furchtbare Angelegenheit. Und es gibt auch noch einen Geschwindigkeitsmesser dazu zu diesem Rollenprüfstand. Und wenn ich jetzt meine T8 laufen lasse, dann zeigt er mir tatsächlich die gefahrene Geschwindigkeit an. Also in dem Falle 30 und die Lok selber müht sich dann hier unten ab. Und ich habe nicht extra Lampen rausgekramt. Hier vorne dieses kleine Rädchen sorgt dafür, dass die Geschwindigkeit optisch gemessen wird mit dem Sensor. Man sieht wie die T8 dort auf diesem Rollenprüfstand ackert. Also die Fahreigenschaften entsprechen sehr genau dem Vorbild. Hier habe ich nun den Programmer selber direkt auf die Holzplatte geschraubt. Zwar nicht so, dass die Häuser gesprengt wird, aber doch fest genug. So wie den Prüfstand. Das ist hier ein älterer. Dann kommt noch ein anderer. Den habe ich auch festgemacht. Und hier die Kabel sind zu diesem Rollenprüfstand, der dann hier zu sehen ist. Und der hatte ursprünglich eine andere Platte. Ich muss doch das Kabel ersetzen, weil es ein bisschen kurz war. Beide Geräte sind über USB mit dem PC verbunden. Und im Hintergrund ist dann noch mein Testgleis angebracht. Und alle drei Sachen, also der Prüfstand, das Testgleis, wie auch der Rollenprüfstand, die sind mit dem Programmer verbunden. Ich kann also jetzt nicht unmittelbar mit der Zentrale rangehen, sondern tatsächlich nur über den PC. Das ist so ganz in Ordnung. So kann ich das ganze Teil mit auf mein Schreibtisch nehmen und dort am PC, noch an dem richtig großen PC, noch die verschiedensten Sachen rumprobieren, wenn ich halt nicht die Gelegenheit habe, in meine Werkstatt zu kommen. Das alles fest aufgebracht zu haben, befreit mich von der Menge Krempel und man hat nicht jede Menge rumfliegende Kahl, über die man dann stolpert, wo man hängen bleibt und so weiter. Die Software ist eine ganz andere Geschichte. Also da muss man sich auch tatsächlich erst mit auseinandersetzen, vor allem die ganzen Soundgeschichten. Wie das dann alles hier belegt wird, kann man kein glücklicherweise alles abspeichern. Das Einzige, was nicht funktioniert, Sound aus der Lok auslesen und abspeichern. Also den muss man sich dann von anderer Stelle holen. Aber grundsätzlich kann man hier sehr viel experimentieren und man muss nicht mehr mit irgendwelchen Tabellen rumfriemeln. So eigentlich eine ganz feine Sache. Gut, das war es dann eigentlich schon. Gut, das war es dann eigentlich schon. Vielen Dank.